Herzlich Willkommen bei Ballas Capital. Wir sprechen heute über das Mindset von High Performern und ich freue mich sehr, dass wir Philipp Maradana bei uns zu Gast haben. Servus Philipp. Vielen Dank für die Einladung. Danke Florian. Danke, dass ich da sein darf. Wenn man einen High Performer erkennen möchte, wo findet man den? Sind das besonders reiche Menschen, erfolgreiche? Sind das Spitzensportler, Siegertypen? Wie erkenne ich den? Ja, das Spannende ist ja, ich glaube immer, wenn Leute dann schon erfolgreich sind, dann ist es ja relativ einfach, einen High Performer zu erkennen. Spannend ist ja, sie zu erkennen, wenn sie am Anfang stehen finden. Das ist gut, ja. Weil, also wenn irgendwer schon, man hat es erreicht, dann sticht es natürlich ins Auge. Ich finde immer interessant, wenn Menschen am Anfang stehen, aber erstens über eine gehörige Portion Hunger verfügen oder Ambition, nenn es wie du magst. Aber die, ich sage mal, Menschen, die was wollen und man muss ja ehrlicherweise sagen, wir leben in einer Zeit, wo das nicht mehr zwingend die Norm ist. Dass du mit Ambition durchs Leben gehst, dass du sagst, ich habe Ziele, ich will was erreichen, ich will was aufbauen. Und ich würde aber sagen, das ist das erste Kriterium. Ohne Wollen, ohne Ambition gibt es einmal überhaupt keine High Performer. Und das zweite ist dann die Frage, was sind Menschen bereit zu investieren? Also haben die wirklich, haben die Grit? Ja, also sind die in der Lage, daran zu bleiben, wann es hart wird? Weil eines beobachte ich schon sehr intensiv und jetzt produzierst du deinen Podcast auf YouTube. Ich habe veröffentlicht meinen auch auf diversen Plattformen. Aber wir müssen schon sagen, das, was wir dort üblicherweise präsentiert kriegen, ist ja oft ein falsches Versprechen. Also es geht alles schnell und du wirst in drei Tagen zum Millionär, in sieben Tagen wirst du schlank und in zehn Tagen kennst du überall aus. Und ich glaube, das ist echt ein Problem, weil ich habe das Gefühl, das hindert Leute wirklich an High Performance und am Erfolg, weil sie natürlich, wenn sie nach zehn Tagen das Gefühl haben, es läuft nicht, hören sie wieder auf. Und so entsteht definitiv kein Erfolg. Gibt es einen kulturellen Unterschied? Man hört ja, in Amerika gibt es viel mehr High Performer und viel mehr dieses Erfolgsmindset. In Österreich nicht. Gibt es das? Also ich habe das Gefühl schon, wenn wir sagen, wie schaut es mit der Fähigkeit groß zu denken aus, dann fällt uns wahrscheinlich schon einmal relativ rasch die USA ein. Ich sage ja für den amerikanischen Traum grenzenloses Denken. Und groß zu denken ist, glaube ich, die erste Grundlage für High Performance. Und da hat man schon das Gefühl, ist die US-Kultur etwas mehr in, ich sage jetzt einmal, uplifting als unsere. Weil bei uns ist es ja eher so, wenn du eine große Idee hast, dann begehst du den großen Föller und dann schießt das vielleicht eben nur im Wirtshaus oder an der Bar. Dann birgt natürlich der erste super gescheite Kleine um die Ecke und sagt, na das ist ein Blödsinn oder das wird sicher nichts. Also ich glaube tatsächlich, dass wir da bei uns kulturell sicher in anderen Sphären leben, wiewohl das ja immer die eigene Entscheidung ist, zu entscheiden, Teil welcher Bubble will ich sein. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin nur von Leuten in meinem Umfeld umgeben, die mich runterziehen, die mich klein halten, dann glaube ich, wäre es eine gute Idee, vielleicht das Umfeld zu wechseln. Du hast angesprochen, es gibt wenige Menschen, die klare Ziele haben. Und ich habe erkannt, es gibt Junge, die sagen, ich möchte auch für Geld kämpfen. Ich möchte ein schönes Auto, ich möchte ein eigenes Unternehmen haben, ich möchte eine schöne Wohnung haben, ich möchte für meine Familie was sozusagen bieten können. Ist das ein Indikator, wenn einer auch ein bisschen hungrig macht, Geld ist? Ja, jeder darf sich doch selber aussuchen. Ich sage das nicht nur, weil du da auch sitzt und Palace Capital aufgebaut hast. Ich kenne nicht so denen, die sagen, am Gottes willen, du darfst jetzt keine finanziellen Ziele haben, weil das ist böse. Jeder darf sich aussuchen, was er erreichen will und ganz ehrlich, mehr Geld, mehr Wirkung. Es darf sich auch jeder aussuchen, was er mit seinem Vermögen und seinem Erfolg tut. Also ich glaube, gerade in den Anfängen, wenn es einmal darum geht, dir einmal einen Lebensstandard zu erwirtschaften, naja, dann sollst du natürlich auch einmal zuerst einmal finanzielle Ziele haben oder Wohlstandsziele haben, weil eines ist schon klar, wir tun immer so nobel und sagen, na bitte, du weißt ja nicht, alle sollen ein bisschen zurückstecken und Geld verdienen ist schlecht. Ich habe das Gefühl, wir schauen jetzt Corona-Krise, eigentlich habe ich das Gefühl, wir waren ganz dankbar, dass es doch ein paar Unternehmen gegeben hat, denen es extrem gut gegangen ist, die nicht ins Schlingen gekommen sind, die irgendwann vielleicht einmal Geld verdient haben, am Polster aufgebaut haben und dann gut durchgekommen sind. Und das Gleiche im Privaten, ich habe das Gefühl, ich würde Familie deutlich mehr schätzen, wo ich mir denke, naja, wenn die erste Strompreiserhöhung kommt oder Gaspreiserhöhung wie jetzt und die Familie hat sich vielleicht ein bisschen was der Sport oder aufgebaut, muss ich sagen, schätze ich das deutlich mehr, als wir es dann auf Kante. Also ich glaube, die Ambition auch einen finanziellen Wohlstand oder Freiraum zu haben, ist ja bitte nichts Schlechtes, wer stärker ist, kann mehr tun, wenn es eng wird. Nach der Ambition und dem Ziel kommt ja das Umsetzen, da hapert es ja bei den meisten, das hast du ja schon angesprochen. Ich glaube, man erkennt High Performer auch an dem, dass sie wirklich viel hacken. Und du hast ja gesagt, das ist ja kein leichter Weg, es geht nicht in drei Tagen, man muss wirklich Tag für Tag, Monat für Monat, so wie du auch, über 100 Folgen, Podcast etc., immer dranbleiben, jeden Tag in der Früh raus und Ziele. Warum wird in Österreich auch so wenig umgesetzt? Warum sieht man so wenig Leute, die viel hacken? Ja, das ist schon interessant. Also ich frage mich das selber oft und stelle dann schon fest, erstens, und das ist, glaube ich, wirklich wichtig, weil sonst würde ich es auch frustrierend finden, es gibt sie schon noch. Also es gibt die Leute, die sagen, ich habe ein Ziel, ich habe eine Ambition und ich bin auch bereit, das zu tun, was es braucht. Die gibt es noch. Aber, und auch das muss man sagen, es geht uns ja jetzt schon sehr viele, viele, viele Jahre sehr, sehr, sehr gut. Es gibt auch die Leute, die sagen, naja, es darf auch ein bisschen weniger sein. Also vielleicht mache ich eher Teilzeit und tue eher Freizeit optimieren. Work-Life-Balance. Auch das gibt es. Und ich sage einmal, grundsätzlich, es ist okay. Aber ich darf dann natürlich auch nicht mich über die Konsequenzen beklagen. Also jeder muss sich natürlich bewusst sein, der Weg, den er einschlägt, hat Konsequenzen. Und eines ist klar, wenn ich ein großes Ziel habe, das ich verwirklichen will, wenn ich nicht bereit bin, den Preis dafür zu zahlen, dann wird es nichts werden. Ja, es reicht nicht aus, wenn ich auf Instagram sehe ich den Elon Musk und denke mir, meine Güte, ich wäre auch kein reichster Mann der Welt. Naja, ich weiß nicht, ob ich mit dem tauschen will, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß es schon, für mich, ich will es nicht. Also das Extrem, in dem der das betreibt und sich aufopfert, das wäre mir too much. Also ich wäre nicht bereit, den Preis zu zahlen, darum werde ich auch nicht dort landen. Und das Spiel kannst du auf jeder Ebene spielen. High-Performer sind wahrscheinlich auch Menschen, die nicht jammern und sofort noch Lösungen suchen, wenn es Probleme gibt. Wie sind da deine Erfahrungen? Naja, es gibt eine Sache, die hat mich sehr geprägt in den letzten Jahren. Ein wirklich grandioses Buch, das ich sehr empfehlen kann. Carol Dweck hat ein Buch geschrieben, das heißt Growth Mindset. Ja, Selbstbild zu Deutsch. Und die behandelt sehr stark die Unterschiede in den Mindsets von denen, die wirklich langfristig Erfolg haben und denen, die heute scheitern. Und sie hat festgestellt, dass diejenigen, die sehr früh aufgeben, von einem statischen Mindset geprägt sind. Und was heißt das? Die glauben sehr stark an Dinge wie Talent oder ich bin mit dem Talent auf die Welt gekommen oder das ist halt nicht meins. Und probieren damit keine neuen Dinge aus, dehnen sich nicht, kommen nicht ins persönliche Wachstum und wachsen damit auch nicht über sich hinaus. Und dann gibt es die anderen, die haben ein Wachstumsmindset, ein Growth Mindset. Und die sind eher so gestrickt, dass sie sagen, naja, kann ich noch nicht, kann ich lernen. Und weil du vorhin das Beispiel angesprochen hast von meinem Podcast, ich muss dir ehrlich sagen, wie ich die erste Folge aufgenommen habe, ich habe das alles vom Zettel runtergelesen und das war schon nicht gut gemacht. Naja, nach Folge 150 läuft es dann schon leichter. Aber es ist einfach Übung. Und die Zeit, gut zu werden oder herausragend zu werden in einer Sache, die muss man sich nehmen, weil eines glaube ich schon, ich glaube, der Wettbewerb ist ja nicht easier geworden. Ja, also wenn du früher gesagt hast, du hast herausragendes geleistet, bist herausragend dafür entlohnt worden. Wenn du sehr gute Leistung gehabt hast, war es sehr gut. Heute ist es so, wenn du herausragend arbeitest, kriegst du noch immer herausragend kompensiert. Wenn du sehr gut ablieferst, gut. Wenn du gut ablieferst, kriegst du durchschnittlich kompensiert. Und wenn du durchschnitt ablieferst, kriegst du gar nichts mehr. So funktioniert die Welt heute. Und deswegen lohnt es sich schon, in einer Sache richtig, richtig gut zu werden. Nein, das braucht Zeit. Und wenn du dir die Zeit nicht nimmst, wirst du es nicht werden. Und dann wird auch der Erfolg ausbleiben. Und da glaube ich, muss man wirklich mit der, ich möchte fast sagen, Social-Media-Lüge ein bisschen aufräumen. Gerade junge Leute, glaube ich, diese Denke macht sie nicht erfolgreicher. Jetzt gibt es aber viele Unternehmer, die fleißig arbeiten und dann plötzlich kommt der Schicksalsschlag in der Familie, es kommt die Krankheit, es gibt keine Investoren, es geht nichts weiter. Wie geht ein High-Performer mit Problemen um? Naja, ich würde mal sagen, kann es aus meiner Erfahrung sagen, ich nehme mal an, dass es bei dir nicht anders ist, du bist da schon sehr lange unternehmerisch aktiv, es läuft nicht immer wie am Schnürchen. Also es ist manchmal auch wirklich Schmerz, es ist manchmal wirklich die Hölle, manchmal ist es zum Haare rauf und manchmal möchtest du am liebsten hinschmeißen. Die entscheidende Frage ist, tust du das auch? Oder gehst du einmal kurz nach Hause, tust du dir mal vielleicht ein paar Minuten, eine Stunde oder einen Tag selbst bemitleiden, ist okay. Aber die Frage ist, schaffst du es dann, den Turnaround zu machen und zu sagen, okay, was mache ich jetzt aus der Situation? Und auch zu erkennen, dass ja eine Situation nie abschließend ist. Was meine ich damit? Ich sage immer, Unternehmertum ist ein rundenbasiertes Spiel. Es kann sein, dass du einmal eine Runde verlierst. Es kann sein, dass du einmal einen Rückschlag hast. Es kann sein, dass du einmal viele Jahre Wachstum gehabt hast und auf einmal geht es, bumm. Und du hast einen Rückschlag und plumpst runter. Du kannst sagen, Wahnsinn, jetzt geht es bergab. Du kannst aber einfach probieren, dass es nächstes Jahr vielleicht wieder bergauf geht. Ich glaube, abgerechnet wird am Schluss. Das ist auch ein High-Performance-Mindset. Und solange du nicht am Boden liegen bleibst, ist das Spiel nicht beendet. Und ich glaube, solange du das beherzigst, kannst du aus vielen Dingen rauskommen. Sagt niemand, dass es einfach ist. Also das, glaube ich, ist wichtig. Das stimmt. Kann man das High-Performance-Mindset lernen? Gibt es Bücher, Coaches? Sollte man sich einen Coach holen? Sollte man sich mit High-Performance umgeben? Also ich sage immer, wenn mich jemand fragt, ob ich einen Coach habe, ich sage, was heißt einen? Ich habe eine Armada an Coaches, sonst würde das alles sich nicht ausgehen. Was meine ich damit scherzhaft ist, ich habe natürlich Menschen für ganz spezifische Bereiche, wo man denkt, wenn da was nicht läuft bei mir, frage ich den. Wenn da was nicht läuft, gehe ich zu der. Kriegst du immer die richtige Antwort? Die richtige Antwort weiß man immer, wenn man es ausprobiert und dann schaut, was rauskommt. Also das liegt ja dann immer oft an einem selber auch. Also ich habe viele Leute, die ich fragen kann, das ist das eine. Und ich habe schon eines gelernt, ich versuche mich wirklich mit Menschen zu umgeben, die mich herausfordern. Was meine ich damit? Du hast ja zwei Möglichkeiten, wenn du im Leben erfolgreich unterwegs bist oder dir schon erste Erfolge geschaffen hast, weil was ist erfolgreich unterwegs sein? Variante eins ist, du umgibst dich dann mit lauter Leuten, die nicht so erfolgreich sind wie du. Und dann kannst du den ganzen Tag auf die Schultern klopfen und sagen, ich bin so super, ich bin so toll, ich bin besser wie alle anderen und kannst dich gut fühlen. Oder du umgibst dich mit Leuten, die signifikant weiter sind als du und das wird dich immer ein bisschen, ich sage immer, kitzeln. Weil das ist natürlich immer eine leichte Unbequemlichkeit, wo du denkst, oje, oje, was der hat, da bin ich noch nicht oder schau, was der schon wieder zusammenbringt. Aber das hält dich am Wachsen. Das raus aus der Komfortzone, oder? Ich glaube wirklich, du musst dich mit Leuten umgeben, die besser sind als du, die weiter sind als du, die höhere Ziele haben als du und so an der Grenze, wo es ein bisschen ungemütlich wird. Du hast da gedacht, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich die Anwesenheit jetzt genieße oder ob sie mich einschüchtert. So ganz hart an der Grenze. Da glaube ich, da passiert die Magic. Ich glaube, dass es jeder Mensch sein Leben jederzeit ändern kann. Also die Jungen, die zuschauen und auch die Älteren. Wenn jetzt einer sagt, der zuschaut, ich bin jetzt inspiriert von dem coolen Gespräch mit dem Philipp und dem Florian und ich möchte ab heute mein Mindset etwas performen und was anderes tun. Was würdest du empfehlen? Sind so die ersten Schritte? Was könnte jemand tun? Naja, also machen wir mal ein paar ganz praktische Sachen. Das ist anders. Ich finde, du redest immer über sehr spannende Themen da. Ich würde mir mehr von den Podcastern anschauen. Fangen wir mal so an, oder? Da gibt es ein paar ausgewählte Folgen, glaube ich, die ganz spannend sind. Eine, die ich übrigens extrem lässig gefunden habe, dass du deinen Podcast mit deinem eigenen Sohn geführt und mir total taugst. Also grandios. Richtig gut. Das Zweite ist, ja, ich rede auch in meinem Podcast sehr viel über diese Themen. Kamame Reine, sind alle immer getaggt, auch mit Mindset. Und das Dritte ist, wenn man wirklich was lesen will dazu, dann empfehle ich dir auch dieses Buch von Carol Dweck, Mindset, oder in der deutschen Ausgabe Selbstbild. Da kann man schon einmal richtig dir freingehen. Das geht sehr breit. Also auch schon, was man Kindern eigentlich mitgeben kann in dieser Frage. Wenn die einmal heimkommen aus der Schule und vielleicht was nicht gut gemacht haben, wofür lobst du deine Kinder? Oder wie lobst du deine Kinder? Also das geht ja wirklich sehr breit. Ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten einzusteigen. Und wenn jetzt jemand sagt, er möchte auch einen Mentor haben, also er hat zum Beispiel noch keinen, möchte sich auch ein bisschen loslösen vom Freundeskreis. Wie kann man da vorgehen? Wie findet man einen coolen Mentor? Wie erkennt man den? Geniale Frage. Geniale Frage, weil die kriege ich natürlich oft, also wird wahrscheinlich bei dir genauso sein. Es schreiben jeden Tag Leute, Philipp, kannst du nicht mein Coach sein oder mein Mentor? Oder kannst du mich nicht bei der Hand nehmen? Da wird bei dir genauso sein. Und natürlich geht das nicht. Also wir haben alle unser Daily Business und tatsächlich unser eigenes Unternehmen auch zu managen. Aber ich sage ganz ehrlich, die Coaches und Mentoren, die ich heute habe, die haben sich am Anfang auch nicht für mich persönlich interessiert. Das ist gewachsen. Das ist gewachsen. Ich habe meinen Mentor oder einen meiner Mentoren heute, die ersten Jahre, habe ich den einmal nur über CD gekannt, weil ich habe seine CDs gehört. So, irgendwann einmal war ich der 738. Teilnehmer auf einem Seminar und habe von hinten in der letzten Reihe. Irgendwann war ich dann einmal in so einer kleinen Mastermind-Gruppe und heute darf ich ihn persönlich fragen. Also was meine ich damit? Natürlich kannst du nicht einfach jetzt hingehen und klopfst bei einem Millionär, Milliardär und sagen, nimmst du mich bitte an der Hand. So wird es nicht funktionieren. Du musst mir auch was bieten. Du musst was bieten. Du musst einen Nutzen stiften und du kannst vor allem einmal auch von jemandem lernen, unendlich, ohne dass du jetzt nur mit der Person persönlich in Kontakt bist. Also zieh dir den Content rein von den Leuten. Schau an Lisa Buch, wenn sie ein Buch geschrieben haben. Also all diese Dinge kannst du tun und dann glaube ich, kann man Step by Step sowas auch entwickeln. Jetzt bist du auch sehr aktiv bei 2 Minuten, 2 Millionen und du siehst da sehr, sehr viele junge Unternehmer, die was aufbauen wollen. Wie erkennst du bei denen, bei den jungen Unternehmern dann das High Performer Mindset? Da gibt es wahrscheinlich auch welche, die es gerne haben würden, aber es nicht können und nicht wollen. Ist das ein Ausschlusskriterium? Ja, extrem. Also ich habe ja eine Sache gelernt, ich bin ja da im Lehrberuf bei 2 Minuten, 2 Millionen. Ich habe ja das ganz kühn gemacht. Ich habe ja mein Thema Startup Investments direkt auf Sendung begonnen, also auf offener Bühne quasi. Aber ein guter Marketing-Movement, muss ich sagen. Ob das Investment-Wise dann eine gute Idee war, vielleicht hätte ich mir zuerst eine Sporen verdienen sollen, aber jedenfalls lerne ich dazu natürlich und habe am Anfang einen Fehler gemacht. Ich habe mich immer von den Ideen begeistern lassen, die dort präsentiert wurden. Das war in der ersten Runde. Und irgendwann habe ich mir gedacht, na Moment einmal, also Idee ist super, nur dann bin ich drauf gekommen, dass da tatsächlich auch immer wieder vorkommt, dass jemand sagt, ja das ist eine super Idee, aber eigentlich erwartet, der Investor wird es dann schon richten. Ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung auch immer wieder mal machst, aber der Investor, der wird es schon machen oder ich erwarte mir, der Investor nimmt es dann in die Hand. Der bringt dann die Kunden, der macht den Verkauf, der macht den Vertrieb, sorgt für den Umsatz, sorgt für den Umsatz und macht alles der Investor. Und das ist natürlich Schwachsinn. Was heißt das? Ich schaue extrem drauf. Sind die Leute in einer Haltung drinnen, wo sie sagen, ich werde es machen müssen, aber ich kriege Erfahrung beigesteuert. Aber Leute, die in einer Haltung unterwegs sind, und sie wissen, am Ende wird mir keiner helfen. Am Ende werde ich da all in gehen müssen und angassen müssen. Und wenn man um die Ecken biegt und sagt, naja, das könnte ich dann vielleicht übernehmen, dann denke ich mir schon, oje, 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 das könnte eventuell schwierig werden. Also ich schaue schon drauf, wie sehr sind die tatsächlich committed. Wenn es mehrere Leute sind in einem Team, schaue ich immer drauf, ob das Team ein Chef, weil das ist das Schlimmste. Und da stehen dann fünf junge Leute und du sagst, wer ist der Chef? Und sie sagen alle, wir alle gemeinsam, da rede ich schon, bin ich schon weg. Also da schaue ich schon auf Dinge natürlich, dass da Klarheit herrscht, aber am Ende ist eigentlich nur die Frage, haben die das Potenzial durchzuhalten? Ja, und glauben die immer, na jetzt kommt der Investor und jetzt geht es zack, zack, oder glauben, oder haben die wirklich das Potenzial durchzuhalten, weil ich glaube, auf das kommt es an. Ich habe immer mal gelesen, dass High-Performer statistisch gesehen eher introvertierte Menschen sind. Kannst du von dieser Statistik etwas abhaben? Könnte ich, also was ich jedenfalls bestätigen kann, ist, dass ich auch introvertierte High-Performer kenne und zwar nicht wenig. Die Unterscheidung, dass sie eher so sagen, könnte ich aus meiner Erfahrung nicht sagen. Weil die vielleicht mehr hakeln und weniger reden. Weniger reden, ja. Aber sozusagen, wenn man jetzt glaubt, das wäre ein Vorurteil, wenn du introvertiert bist, dann kommst du vielleicht nicht in die High-Performer, das halt tatsächlich für einen Schwachsinn. Also das ist belanglos. Die haben oft sogar mehr Fokus und kümmern sich weniger um ihr eigenes Setup. Was aber definitiv auch notwendig ist für einen High-Performer, dass er sich ständig mit seiner Persönlichkeit beschäftigt und auch Persönlichkeitsentwicklung betreibt, oder? Absolut, natürlich. Und auch wenn jeder, der das tut, weiß, dass es manchmal angenehmer war, aber man täte nicht so viel nachdenken. Ist es einfach eine Tatsache, wenn du vorankommen willst, dann musst du dich auch hinterfragen und das tue ich die ganze Zeit als Unternehmer, in meiner Rolle als Führungskraft bei der Entwicklung neuer Dinge. So ist das halt einmal. Wir sind alle nicht mit der Weisheit auf die Welt gekommen. Also werden wir uns nur dann weiterentwickeln, wenn wir offen dafür sind, wo haben wir einen Fehler gemacht, wo sind wir in eine falsche Richtung gegangen und wie können wir was besser machen. Die Offenheit, glaube ich, sollte jeder mitbringen. Jetzt bist du ein Multi-Unternehmer und du kriegst bei zwei Minuten, zwei Millionen, ja jede Menge coole Investment-Opportunities serviert im Start-Up-Bereich. Meine Frage ist, jetzt hast du auch so langweilige Investments wie eine Vorsorgewohnung, ein Bitcoin oder sowas. Gibt es das? Naja, jetzt habe ich zumindest einmal wieder eine Immobilie mir zugelegt. Ist das was zum Vermieten oder was schaust du da? Ja, unterschiedlich. Also eigentlich, ich bin leider, ich brauche dann, wenn es Immobilie ist, geht das für mich nur, wenn ich einen Bezug dazu habe. Also einmal Emotionen? Ja, es ist interessanterweise, das muss dann schon was sein, wo ich mir immer vorstelle, wo ich selber auch eine Freude dran hätte, ob es dann ist oder nicht. Aber jetzt habe ich tatsächlich wieder immer was gemacht. Krypto bin ich tatsächlich gar nicht. Steine auf mich, ja, alles gut. Gar nicht. An der Börse investiert, das total. Deck oder Value-Aktien, was hast du für Vorlieben? Punkt gemischt. Auch von den Ländern her? Naja, auch da wieder, und das ist gar nicht so easy, ich versuche trotzdem, mich auch in Bereichen zu bewegen, wo ich zumindest irgendeine Form von Zugang habe. Also ich würde jetzt nicht sagen, Bereiche, wo ich Experte bin oder mich auskenne, aber ich habe schon eine Freude dran, wenn das Themen oder auch Titel sind, wo ich das Gefühl habe, wenn da große Bewegungen sind, würde es mir aufgrund meines natürlichen Interesses für die Branche oder den Bereich auffallen und ich würde es mitkriegen. Ob das alles erfolgreich ist, frage ich mich in zehn Jahren. Philipp, vielen Dank für dieses coole Gespräch. Ich denke, du hast definitiv einige Leute hier inspiriert und ein bisschen die Augen geöffnet. Danke dir vielmals. Danke schön, danke für die Einladung, danke fürs Zuschauen. Liebe Zuseher, vielen Dank für Ihr Interesse, bleiben Sie gesund und investieren Sie smart.